Heute habe ich meine Leseliste für Juni für dich. Wenn du Lust hast, sehen wir uns gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Monika und heute zeige ich dir meine Leseliste für Juni. Ich bin gespannt. Ich habe mir nämlich sehr viel vorgenommen, aber ich muss sagen, dieses strukturierte Lesen tut mir unheimlich gut und ich schaffe wesentlich mehr. Ich lese gerade in einer Lesegruppe die Stephen King Turb-Reihe und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Lesegruppen, die machen mir unheimlich viel Spaß. Und wir sind jetzt gerade bei dem zweiten Teil, das ist drei und den werden wir definitiv auf jeden Fall den Monat beenden. Und ich gehe ganz schwer davon aus, dass wir dann auch mit dem dritten Teil anfangen, weil jeder von uns eigentlich begeistert ist von dieser Reihe. Und ich lasse mich echt überraschen, was da noch alles erzählt wird. Ich bin total begeistert, mir macht diese Reihe unheimlich viel Spaß. Dann habe ich mir vorgenommen, Home das Erwachen zu lesen. Das habe ich ja jetzt vor kurzem bei Minimops bestellt. Und da freue ich mich besonders drauf, weil ich dieses Buch ständig irgendwo gesehen habe und richtig heiß bin auf diese Geschichte. Stell dir vor, dein Leben ist perfekt, deine Eltern lieben dich, du hast einen tollen Freund, bist beliebt und gut in der Schule. Du bist für eine ganz spezielle Mission ausgewählt. Dein Freund wird mit dir gehen. Für ihn gibt es kein schöneres und besseres Mädchen auf der Welt als für dich. Du wirst eine Führungsposition übernehmen. Deine Lehrer und Trainer sind zufrieden mit dir. Und das könnte nicht schöner sein. Und dann wachst du auf. Das Ganze klingt schon nach einem Traum, aber es ist wirklich ein Traum. Wir lassen uns überraschen. Ich freue mich schon richtig darauf. Dann habe ich einen Hessenswunsch, den ich mir schon länger erfüllen wollte, aber irgendwie mich nicht so richtig dran getraut habe. Das ist nämlich ein Buch von meiner 19 für 2019. Und das ist Roots von Alex Haley. Im Jahre 1979 gab es eine Serie, die ich und alle, die damals Fernsehen geguckt haben und auch aus meiner Zeit kommen, durchgesuchtet haben. Es geht hier um Schwarz und Weiß, um Sklaven, wie die Sklaven hergeholt worden sind, wie die Sklaven gehalten werden. Es geht um Generationen. Und das wollte ich schon lange mal lesen. Und jetzt habe ich gemerkt, dass ich diese Abschnitte, wenn ich mir Abschnitte lege, viel besser durch das Buch durchkomme. Und dementsprechend habe ich mir jetzt selber schon Abschnitte gesetzt. Ich freue mich riesig darauf, dieses Buch endlich mal in Angriff zu nehmen. Seit Otto Toms Fütter hat kein Buch über Disklaverei in Amerika solches Aufsehen erregt und so viele Diskussionen ausgelöst wie Roots. Und das ist wirklich wahr. Das war damals ein absoluter Klopper im Fernsehen. Ich selber habe die Serie jetzt auch noch ein paar Mal wieder geschaut. Ich habe sie nämlich daheim und freue mich riesig auf dieses Buch und hoffe, dass ich da auch durchhalten kann. Und jetzt habe ich noch ein Buch aus meiner Medienmaps-Bestellung. Das ist es Seven Grace von B.A. Paris. Da freue ich mich schon besonders drauf, weil dieses Buch habe ich gefühlt tausendmal schon auf Booktube gesehen. Und habe mir mal gedacht, Mensch, das möchte ich auch mal lesen. Und dann habe ich es mir jetzt endlich besorgt. Und natürlich möchte ich auch gleich damit loslegen. Grace und Jack Angel sind das perfekte Paar. Die 33-jährige Grace ist warmeherzige, liebevoll, bildlich hübsch. Jack sieht gut aus, ist charmant und kämpft als renommierter Anwalt für die Rechte misshandelter Frauen. Aber sollte man Perfektion jemals trauen? Warum zum Beispiel könnte Grace auf Dinnerpartys so viel essen und nimmt niemals zu? Und warum gibt ein hoher Zaun das wunderschöne Haus der beiden? Doch wenn man Grace danach fragen möchte, stellt man fest, dass sie nie alleine ist. Denn Jack ist immer, wirklich immer an ihrer Seite. Hier geht es anscheinend um häusliche Gewalt. Und dieses Thema nimmt mich immer sehr stark mit, obwohl ich nie Berührung mit diesem Thema hatte. Und da bin ich echt gespannt, ob mich dieses Buch wirklich so begeistern kann, wie alle behaupten. Dann hatte ich mir ja vorgenommen, die letzte Hoffnung der Hardware-Reihe zu lesen. Und wie du siehst, bin ich gar nicht so weit gekommen. Aber dieses Buch möchte ich auf jeden Fall beenden. Und vor allem möchte ich auch den zweiten Teil dazu holen, weil mir diese Serie unheimlich gut gefällt. Also ich fühle mich da sehr wohl drin. Bloß irgendwie habe ich mich dann nicht mehr so stark motivieren können, dieses Buch weiterzulesen. Obwohl es für mich total passend war. Also man hat sich gefühlt wie in einer Soap, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es hat mir sehr gut gefallen. Aber es kamen halt wieder andere Bücher dazwischen, die ich dann interessanter fand und die ich unbedingt beenden wollte. Und ich nehme mir auf jeden Fall vor, diese beiden Bücher jetzt diesen Monat zu lesen. Und hier geht es ja um Paul, der in einem kleinen Küstenstädchen in Hardware wohnt und ist dort Rechtsanwalt. Und auf einmal kommt dann seine alte Freundin Sabrina Hollister wieder dazu. Und Sabrina flieht vor ihrem Mann und ist richtig spannend und richtig toll gemacht. Und ich bin gespannt, wie der zweite Teil dann wird. Bei einem Spaziergang am Strand findet Trish Harvey einen bewusstlosen Mann, den sie in letzter Sekunde vor dem Erträgen gerettet. Es handelt sich ausgerechnet um Ash Winterbloom, dessen lässige Art sie regelmäßig so Weißlob treibt. Als sie erfährt, dass er nach dem Tod seines Vaters ihr neuer Chef ist, steht ihre Welt endgültig Kopf. Doch als klar wird, dass das ehemals florierende Unternehmen kurz vor dem Ruin steht, müssen sie sich zusammenraufen und die Sache auf den Grund gehen. Dabei kommen sie einer skrupellosen Verbrecher auf der Spur und plötzlich sind sie nicht nur ihre Herzen in Gefahr, sondern auch ihr Leben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich wie eine Soap und ich freue mich richtig darauf, diese Bücher weiterzulesen. Es hat auf jeden Fall höchste Priorität. Als letztes habe ich mir vorgenommen, Lying of Time. Dieses Buch hatte ich ja bei meiner Abdelstellung dabei und hier geht es ja um Zeitreise. Und ja, die Zeitreise, wo man dann immer wieder seine Zukunft verändern kann und das mag ich ja unheimlich gerne. Dieses Buch hat sehr, sehr gute Bewertungen und ich bin echt gespannt, weil ich mag sowas unheimlich gerne und meistens geht sowas ja auch nie gut aus. Jeder möchte gerne seine Zukunft ein bisschen verändern, aber man verändert auch wieder Sachen, die gut waren. Die werden dann wieder schlecht und andere Sachen werden gut und so. Also ich bin richtig gespannt, was hier erzählt wird. Sarah Liken flieht vor der Realität, doch vor welcher? Ein Junge will ihr helfen, doch woher weiß er von ihrem Problem? Ein Leben ist wie das andere, doch welches ist das Richtige? Um das richtige Leben zu finden, um ihre Liebe wiederzutreffen und ihren Bruder vor einem Unglück zu bewahren, muss Sarah Liken die gleiche Situation immer und immer wieder durchleben. Sie kann sich immer wieder für ein neues Leben entscheiden, aber sie kennt vorher niemals den Preis, den sie dafür bezahlen muss. Das klingt für mich wahnsinnig spannend und ich bin echt gespannt, ob mich dieses Buch auch so fesseln kann und vor allen Dingen auch so begeistern kann, wie so manch andere. Und das war jetzt meine Leseliste für den Juni. Wenn du Lust hast, mit mir gemeinsam eins von diesen Büchern zu lesen, dann sag mir einfach Bescheid. Die Informationen findest du hinten in meiner Kanal-Infektion. Dort findest du meine Telefonnummer, meine WhatsApp-Nummer oder meine E-Mail-Adresse. Und dann nehmen wir einfach Kontakt auf, weil ich finde diese Lesegruppen sowas von genial. Es macht einfach Riesenspaß und du musst kein Booktuber sein. Du kannst auch einfach ein Zuschauer sein und sagen, Mensch, ich habe Lust mit dir das Buch zu lesen und mich mit dir auszutauschen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir gleich ein Like da und vor allen Dingen, wenn du keine Videos von mir verpassen möchtest, dann abonniere unbedingt kostenlos meinen Kanal. Dann kommst du immer wieder an Nachrichten, wenn ich ein Video hochgeladen habe. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video. Ciao!